Sechs NATO-Länder planen, eine Drohnenmauer zu errichten, um den östlichen Flügel der Allianz vor der wachsenden Bedrohung durch Russland zu schützen. Tausende Überwachungsdrohnen und möglicherweise auch bewaffnete Drohnen sollen die angespannte Grenze von Norwegen bis Polen patrouillieren. Norwegen, Finnland, die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie Polen haben zugestimmt, eine gemeinsame Drohnengrenze zu errichten, um den Rest Europas vor möglichen Bedrohungen zu schützen. Der lettische Präsident Edgars Ringwiss erklärte den Plan gegenüber der Times und sagte, dass Europa in die dunkelsten Tage des Kalten Krieges zurückgekehrt sei. Er enthüllte, dass die unbemannten Luftfahrzeuge die Bemühungen Russlands und Weißrusslands überwachen werden, Migranten als Waffen einzusetzen, sowie andere Provokationen. Obwohl er sagte, dass die Drohnen hauptsächlich für die Aufklärung verwendet werden, schloss er nicht aus, dass auch bewaffnete Drohnen eingesetzt werden könnten. Die Minister der sechs Länder trafen sich letzte Woche, um einen Vorschlag für die Mauer zu unterzeichnen. Jedes Land wird für den Einsatz seiner Verteidigungsdrohnen verantwortlich sein, aber andere Details des Plans, einschließlich seiner Finanzierung, werden noch festgelegt. Die litauische Innenministerin sagte Anfang dieser Woche, dass dies ein riesiges und völlig neues Unterfangen sei. Es geht um eine Drohnengrenze von Norwegen bis Polen. Die östlichen NATO-Länder sind zunehmend nervös aus Angst, dass Wladimir Putin weiter nach Westen vordringen könnte, wenn er in der Ukraine Erfolg hat. Polen hat bereits Milliarden Euro ausgegeben, um seine Grenzverteidigung zu stärken, während Finnland, das eine fast 1400 Kilometer lange Grenze mit Russland teilt, im April 2023 der NATO beigetreten ist. Als Reaktion auf die russische Aggression baut Estland 600 Bunker entlang seiner Frontlinie als Teil der Pläne zur Schaffung einer baltischen Verteidigungslinie, zur Stärkung der regionalen Sicherheit. Auf der anderen Seite hat Putin Atomraketen in Weißrussland stationiert und mehr Waffen in seinem westlichsten Gebiet Kaliningrad angehäuft.